Was war denn jetzt für heute? Chen Hughes, first of all, congratulations für die 5-1-Win in Game 3 der Finale der Erste Bank Eishockey League. Es ist auch der 3. Win in der Finale Series, es ist noch mehr zu gehen. Was ist dein Resümee über das Spiel? Ja, wir müssen mit dem, was wir gemacht haben, so wir werden nicht ein bisschen verändern, und wir werden das Wien in Vienna auf Tuesday. Was war der Grund für heute? Ich meine, das Spiel war sehr nah in den ersten zwei Perioden, aber in der 3. Period, du hast den Momentum gewonnen und entschieden das Spiel mit 3 Goals. Ja, wir haben ein 3. Period Team das ganze Jahr. Das ist unsere strength, wir haben das ganze Jahr trainiert und wir haben noch mehr Spiel zu zeigen. Der 4. Win ist immer der hardest, der toughest in der Best-of-7-Series. Wie werden wir den Weg nach Vienna und was erwartet? Ich glaube, das 4. Spiel ist das letzte, das ist das hardest zu bekommen. Wir müssen einfach mit unserem Spielplan und weiter tun, was wir haben gemacht haben. Was wir haben gemacht, ist so gut. Du hast mindestens ein Punkt in jedem Spiel. Ist das für dich eine große Sache oder etwas, das mit dem Spiel der Team kommt? Es ist immer schön, wenn du mit dem Spiel zu helfen zu helfen. Jeder in unserer locker room spielt gut. Aber es ist natürlich schön, zu helfen und mit dem Spiel zu helfen. Amen.